Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von Markus E21. Was werden wir jetzt hier machen? Habe ich ja eigentlich in dem ersten Teil schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir werden jetzt erstmal hier grundsätzlich die Haube abbauen. Die stört uns jetzt hier ein bisschen. Wir werden den jetzt erstmal auf der Bühne einmal hochheben, damit wir unten den Auspuff schon mal lösen können, damit wir dann die Krummer abbauen können. Und dann werden wir hier den ganzen Drumherum-Kram schon mal so ein bisschen abbauen. Ich denke, wir werden die Zündeinheit abbauen, Ansaugbrücke werden wir runterholen, einen ganzen Luftfilterkasten und werden das alles mal so ein bisschen drumherum hier freiräumen, sodass wir quasi dann den Ventildeckel runternehmen können, Zahnräume und so runter, sodass der ganze Kopf im Gesamten runtergenommen werden kann. Jetzt hatten wir natürlich in dem ersten Video mal so ein paar, ja wie soll man sagen, ich nenne sie jetzt mal Schlaumeier, was ja auch vollkommen okay ist. Wir sind ja in dem Thema hier auch nicht ganz so drin mit diesen alten Fahrzeugen, deswegen nehme ich mir immer viel Kritik an und kann das immer nachvollziehen. Aber jetzt hat der eine oder andere gesagt, ja geht auch im eingebauten Zustand. Würde auch gehen, kühler und so raus, Nockenwelle muss aber nach hier vorne raus. So, bei mir 30 sollte das wahrscheinlich kein Problem sein, ich sehe beim E21 aber so ein bisschen das Problem, dass das hier vorne nach dem Kühler hier irgendwo zu ist, das heißt wir werden jetzt da auch nicht unbedingt die Nockenwelle rausbekommen, außerdem Fummelarbeit und da haben wir keine Lust drauf. Außerdem wollen wir uns ja die Zylinder anschauen, das könnten wir jetzt auch natürlich, klar, der eine oder andere wird wieder sagen mit der Kamera. Aber selbst wenn da was ist, wir haben den Kopf runter, wir wollen auch Ventile einmal rausholen, Strahlen, Ventilfedern und so ganzen Kram wird getauscht. Die ganze Schleppe hier kann man wirklich im ausgebauten Zustand doch viel viel besser machen als im eingebauten Zustand, deswegen reißen wir die Rübe hier runter. Wir haben ja auch im Endeffekt alles da. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass wir das oder dass wir das mit diesen Arbeitsschritten machen werden. Ja, dann werden wir mal gucken, muss ich erstmal hier auf die andere Seite gehen, dann werden wir mal schauen, gucken, als wir diesen Schlauch noch ersetzt bekommen, ohne diesen Anschluss hier, weil den gibt es nämlich, soweit ich weiß, auch mit zu, ohne diesen Abgang hier. Und wir werden mal gucken, dass wir hier irgendwo einen anderen Leerlaufregler besorgt können, weil das scheint irgendwie so ein Billigding zu sein. Das hatte ich damals ja noch auf Lager liegen, das war zwar neu eingepackt, da stand kein Hersteller, nichts drauf, das haben wir damals einfach nur da reingezimmert. Also Luftwitterkasten muss sowieso raus, wir boren das bis hierhin ab, machen hier die ganzen Wasserschläuche, Visco und so einen ganzen Gedöns ab, lassen das Wasser schön vorher raus, Spritschläuche ab, die legen wir dann hier schön zur Seite. Kabelbaum brauchen wir eigentlich nicht großartig was abmachen, außer so ein paar Steckerchen. Ansauchbrücke werden wir gucken, wie schon gesagt, dass wir die jetzt hier im eingebauten Zwischen abbauen, so dass grundsätzlich nur noch der Kopf hier übrig sein wird. Grundsätzlich wäre es jetzt wieder an dem Punkt angebracht, wo ich sagen könnte, wo ich mich wieder ein bisschen rechtfertigen müsste, wieder über das erste Video. Ja, da waren so die ein oder anderen, die so geschrieben haben, so ja, warum so viel Laberei, warum nicht Fakten zeigen. Es ging ja erstmal darum, um dieses ganze Problematik nochmal aufzuholen, was ist damals gewesen, warum ist jetzt wieder hier und da auch nochmal keine Nachbesserung, also wir reden hier über keine Nachbesserung, sondern wir reden hier über eine Veränderung in dem Sinne. Und genauso auch mit diesem von wegen, ich hätte durch die Blume irgendwas gesagt oder durchkommen lassen und durchsickern lassen, dass ich irgendjemand oder Marco seinen Prüfstand schlecht machen wollte. Also auf gar keinen Fall, also ich habe niemand mit irgendwas schlecht gemacht, es ging einfach nur darum, dass wir das hier einfach auch nochmal messen, grundsätzlich fast zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind und das war einfach nur für den Vor- und Nachher-Vergleich. Also wie gesagt, sollte nicht irgendwo rüberkommen, dass da grundsätzlich irgendwie was Schlechtes über irgendjemanden geredet soll. Also warum auch? Außerdem geben das Seine. Wir machen jetzt hier für Marco unseren Job, werden das jetzt hier ändern, werden das in einem vernünftigen Maß durchführen, werden das Auto auf Augenhöhe wieder abliefern und damit ist das Thema dann E21 für mich durch, für Marco dann wahrscheinlich noch nicht. Er macht dann auch Karosseriearbeiten und den ganzen Kram. Aber wie gesagt, das ist sein täglich Brot, was er macht und wo er mit Geld verdient. Finde ich auch gut so. Also wie gesagt, jeder hat so sein eigenes, wie sagt man mal, Steckenpferd oder sowas. Also dafür, wie gesagt, werden wir die Motorhaube jetzt erst mal abbauen, dann werden wir die Kamera erst mal ein bisschen aufbauen. Erstmal, natürlich klar, einmal hochlassen, um den Ausbruch abzubauen und dann, wie gesagt, werdet ihr den ausbauen, so einen kleinen Zeitraffer mitbekommen. Wir werden mal schauen, ob wir, wenn irgendwie zwischendurch was auffallen sollte, dann werde ich natürlich die die Kamera jetzt hier wieder einschalten, was nochmal irgendwas erklären. Falls was sein sollte, wo ich jetzt nicht von ausgehe, ist ja jetzt auch nicht so das Mega-Hackswerk. Ja und entschuldige für meine Stimme, die ist gerade in Besserung. Deswegen muss ich mich ein bisschen leiser ausdrücken und ein bisschen Räuspern. Wie heißt das? Räuspern, ne? Räuspern. Lange genug gelabert. Wir stellen die Kamera jetzt auf und los geht's. Bis gleich. Räuspern, ne? Räuspern, ne? Räuspern, ne? Räuspern. Räuspern, ne? Räuspern, ne? Räuspern, ne? Räuspern. Ja, Kopf ist jetzt runter. Komm mal hier kurz Leon. Was wir jetzt hier an den Bohrungen sehen können, wir haben schon eigentlich einen relativ geilen Kreuzschliff, aber der erste Zylinder und der letzte sieht eigentlich ganz okay aus. Aber ich habe gerade gesehen, da können wir jetzt sehen, dass wir hier ja schon leichte Spuren im Zylinder haben. Da kann man das relativ gut sehen. Der Kreuzschliff ist zwar gegeben, aber das könnte hier eine Wasserspur sein. Und ganz gut ist es eigentlich am fünften zu sehen. Da haben wir jetzt wirklich hier einmal rundherum, ne? Also wir haben von da bis da, da könnte er schon irgendwo Wasser gezogen haben. Das widerspiegelt sich ja eigentlich auch so ein bisschen hier an der Kopftichtung, also beziehungsweise hier am Motorblock. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ich denke, wir müssen da die Kolben, denke ich mal, ausbauen. Das heißt, Kolben einmal rausbauen, dann müssen wir den Block einmal mit der Bürste durchhohnen. Wenn das reicht, den müssen wir jetzt erstmal vermessen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das Ding natürlich ausgebaut werden. Und dann heißt es nur, wenn da wirklich Außenmaß ist, Übermaßkolben. Trotz alledem, schauen wir uns jetzt mal kurz den Kopf an. Der Leon hat jetzt eigentlich hier schon ganz gut erkannt, dass er am letzten Zylinder, an der Nocke hier oben, da kann man schon wirklich sehen, dass sie da an der Nocke eingelaufen ist. Genau wie an der vorletzten. Also die davor sieht auch nicht so schön aus. Und an Zylinder zwei, ne drei war es hier. Da, genau dazwischen. Da kann man auch sehen, dass er schon gefressen hat. Also Nocke-Van-Einlauf ist hier definitiv gegeben. Also wie gesagt, Julian, da hast du definitiv dein Augenmerk drauf gelegt und hast definitiv eine gute Diagnose gemacht. Leitung hat der jetzt erstmal gerade gebogen oder hat der Marco oder beziehungsweise Julian jetzt erstmal gerade gebogen. Heißt, trotz alledem müssen wir den Kopf jetzt erstmal zerlegen. Wir haben ja alles da. Wir haben die ganzen Schlepphebel da mit diesen ganzen Federn. Wir haben die Leitung da. Wir haben die Nockenwelle da. Wir haben die ganzen Laufwellen, also diese Schlepphebelwellen, nennt man sie ja, haben wir jetzt auch da mit diesen ganzen Einstellschrauben und Plättchen und diesen hier zum Beispiel, kann man kurz sehen. Die haben ja hier diese Einsteller, die sitzen hier immer zwischen diesen Schlepphebeln. Die haben wir auch alle neu. Plus Ventilfedern haben wir auch neu. Und ich glaube, auch wenn das jetzt erstmal augenscheinlich nicht so aussieht, sehen die Ventile ja auch grundsätzlich erstmal ganz okay aus. Also wir haben ein sehr, sehr sauberes Verbrennungsbild. Auch hier, die Ventilsitze hier beim offenen Ventil, sieht das auch alles mal ganz gut aus. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir die Ventile raus und strahlen sie einmal, lassen die Ventile einmal bearbeiten und die Sitze bearbeiten und können das benutzen. Das muss dann, denke ich mal, der Daniel entscheiden. Bei Krabbe Motorsport, da werde ich das auf jeden Fall ventilmäßig mal hinbringen und auch den Kopf. Und da werden wir mal gucken, wo die Reise hinführt. Aber ich denke mal, Bearbeitung von den Ventilsitzen und von den Ventilen, das sollte hier vollkommen ausreichen. Plus einmal neue Ventilfedern mit dem ganzen Kram hier drumherum, dass der Kopf dann einmal wirklich safe ist. Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist und bleibt einfach an manchen Stellen der Zylinder. Aber wir können ja auch hier sehen, die Kopfdichtung sieht ja eigentlich grundsätzlich gar nicht so verkehrt aus. Also wir haben jetzt hier auch zwischen den Stegen keine Verbrennung. Also das ist hier nirgendwo durchgebrannt. Wir haben hier kein Wasserproblem oder so gehabt. Aber das, was wir hier sehen können, ist halt einfach das. Wir haben relativ viel Rost im Wasserkreislauf gehabt. Habe ich auch gesehen beim Kühlwasser. Der Motor war ja eigentlich leer mit Wasser, haben neues Wasser eingefüllt, auch mit Frostschutz. Aber wie ihr sehen könnt, ist das natürlich auch grundsätzlich jetzt nicht so weit weggegangen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, der Motor hat natürlich auch einiges gelaufen. Es war ein gebrauchter Motor. Wir haben ihn nicht überholt. Wir haben damals nur die Pleulager neu gemacht und einen Zahnriemen und haben den Kopf nicht abgehabt. Also da haben wir wirklich so, wie er jetzt da drin war, haben wir ihn quasi auch eingebaut. Jetzt ist halt wirklich die Frage, nehmen wir jetzt die Kolben raus? Also ich würde schon sagen, wir nehmen die Kolben raus. Ja, doch schon. Und bevor wir die Kolben aber rausnehmen, würde ich einfach sagen, gehen wir hier oben definitiv mal mit der Messuhr rein und prüfen mal die Zylinder. Also das würde ich jetzt eigentlich morgen nochmal gerne machen, um dann final zu entscheiden, wo führt die Reise hin? Was machen wir? Und dann würde ich mit Marco natürlich auch nochmal Rücksprache halten. Weil wenn die Kolben raus müssen und der Zylinder an der Toleranzgrenze ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt das Risiko eingehen wollen, zu sagen, ey, wir machen da jetzt einfach nur einen hohen Schliff rein, was wir vielleicht, ja gut, im eingebauten Zustand können wir auch nicht machen. Wir verursachen Dreck, den wir nicht wegkriegen. Das heißt, der Block muss sowieso raus. Das können wir nur im ausgebauten Zustand machen. Das heißt, das ganze Prozedere wieder raus, einmal fresh machen, wieder einbauen. Jetzt wird natürlich wieder der eine oder andere sagen, jung, warum hast du das nicht vom Anfang schon gemacht? Eine große Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Es ist einfach so, Kostenersparnisgründe. Weil ich sage mal so, hätte Marco jetzt einen überholten Motor gewollt, dann hätte er einen überholten Motor bekommen. Aber da wir ja mit Marco gesprochen haben und ich ihm ja gesagt habe, ey, was auf, ich habe einen gebrauchten Motor, der lief. Also es war wirklich, wo wir gesagt haben, der hat gelaufen, der war aus einem Auto, wo gelaufen hat. Ohne Probleme, ohne Wasser, ohne nichts, haben wir natürlich dazu entschieden, den Motor hier Plug & Play einzubauen. Plus natürlich gewissen Vorzugsmaßnahmen wie Zahnriemen neu, Wasserpumpe, Umlenkrollen und so ein ganzer Kram. Klar, macht man neu. Man weiß halt nicht, wie alt war das. Der Riemen sah natürlich auch nicht schön aus. Pläulager, klar, auch so eine Sache, hast du den Motor einmal am Bock hängen, hast die Ö-Bahn ab, machst du ja immer schon bei den Pläulager neu. Das ist jetzt natürlich auch kein Hexenwerk. Aber das haben wir nicht geprüft, konnten wir nicht sehen. Wir hätten natürlich klar mit dem Endoskop reingehen können, haben wir jetzt auch nicht gemacht. Und deswegen ist halt jetzt auch wieder die Frage, was möchte Marco? Dafür muss ich auf jeden Fall mit ihm mal sprechen, um dann wirklich zu entscheiden, was machen wir. Aber wie gesagt, meine Spürnase, Dr. Gadget Spürnase, würde jetzt sagen, dass das nicht so schön ist. Deswegen werden wir es morgen jetzt erstmal messen. Und ich denke mal, dass ich morgen auch mit Marco nochmal telefoniert habe. Und dann kann ich da euch auch, denke ich mal, nochmal ein weiteres Feedback zu geben. Ich würde es jetzt wirklich für sinnvoll halten, das einmal jetzt vernünftig zu machen, bevor wir da jetzt wieder irgendwie im Nachhinein irgendwo Probleme kriegen. Weil er will ja auch irgendwie mit dem Auto, da soll ja noch viel Karosserie gemacht werden und und und. Dann hast du aber wirklich einen safen, vernünftigen Motor. Muss da jetzt nicht noch irgendwo mal anfangen. Deswegen, wir müssen mal gucken. Ich telefoniere mit ihm und das Feedback werdet ihr morgen sehen. Also, von daher, was sagst du dazu? Alles super. Alles super? Das ist alles, was du zu sagen hast. Ja. Okay, also, der Kameramann Leon hat nichts zu sagen. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich telefoniere mit Marco und messe morgen mal. Bei Messen nehme ich euch morgen mit. Dann gucken wir mal, was wir haben. Und muss ja erstmal gucken, was sie für Maß haben müssen. Was sie für Toleranzwerte haben. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist jetzt erstmal der nächste Punkt. Also, von daher, bis morgen. So, also, das Telefonatgespräch habe ich mit Marco gestern sogar noch geführt. Ich habe ihm das berichtet, so wie es aussieht. Also, was ihn anbetrifft, haben wir da volle Freigabe. Und wir sollen da definitiv selbst entscheiden, was wir machen wollen. Er sagte, ganz ehrlich, ihm wäre es am Ende des Tages jetzt auch, würde es nicht so viel Wert dran liegen, wenn das Ding jetzt auch Öl verbraucht oder so ein bisschen. Also, wie gesagt, wenn die Zylinder da jetzt ein bisschen außer Maß sein sollten oder an der Toleranzgrenze, aber dass alles noch so okay ist, dann können wir das lassen. So, aber, der liebe Günther, ist hier schon mal am Messen. Was sagst du? Ja, soweit. Wir sind jetzt, wir haben ein 500es Spiel. Na, siehst du ja. Ja. Na gut, wir können jetzt nicht ganz nach unten messen, brauchen wir nicht. Nee, ganz nach unten können wir nicht. Nee, aber... Mess mal, äh, quer. Warte. Warte, mach das mal den hier. Auch ein 500es. Ein 500es, sag mal, ne? Ja, ungefähr, genau. Mess mal den so, weil der sieht ja da schon ein bisschen komisch aus, ne? Haben wir auch, ne? Also, das Zylinder ist auf jeden Fall schon mal rund. 4,5 hundertste sind das, ne? Ja. Können wir den nochmal messen, hier, den zweiten? Oder können wir alle nochmal, wo wir jetzt drankommen? Auch. Auch, das gleiche. Passt. Und der passt auch. Der sollte auch passen, ja. Ja, ja. Ja, also 500es, jetzt müssen wir natürlich nur wissen, wie viel Laufstuhl dürfen die haben, ne? Ja. Das wissen wir jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt mal schauen. Aber was mir so ein bisschen Sorgen machte, waren, erst mal an dem hier, das hatte ich gestern schon gezeigt. Du warst ja nicht mehr da. Das ist Wasser, ja. Und an dem hinteren siehst du es ja richtig extrem, ne? Ja. Und da ist jetzt, stellt sich jetzt die Frage, aber das sind wirklich die zwei schlimmsten, ne? Da sind ja auch Riefen oben drin, ne? Ja, da merkst du es nämlich auch, ne? Aber da stellt sich halt jetzt die Frage, was machen, ne? Also grundsätzlich, ja mindestens ausbauen und einmal hohen, aber damit wird es ja auch nicht getan sein, oder? Ja, nicht wirklich. Müssen wir halt gucken, ne? Das ist halt, ne? Wo kommt das Wasser her? Im allerbesten Fall wirklich Kopf- und Blockplan. Okay. Ja. Also bleibt uns theoretischerweise jetzt an der Stelle nichts übrig, als den Rest noch auszubauen, ne? Genau. Motor ausbauen. Ja gut, wenn die Riefen nicht weggehen mit einem hohen, dann müssen wir den sowieso bohren. Und dann eh neue Kolben und fertig, ne? Merkst du schon richtig, ne? Aber gerade bei dem, ne? Hier so. Und ich habe nicht viele Fingernägel, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und was ich gesehen habe, dass der hier, das habe ich auch noch nicht gesehen, an einer Kerze, und die sind damals neu gekommen von uns. Guck mal, das ist Zylinder 6. Da ist die Keramik weggebrannt. Siehst du das? Ja, hier oben. Das ist nur bei dem einen. Aber gut, da hatte der Marco gestern schon eingeleitet und sagte, ob das nicht davon kommen könnte, dass er das Ding halt vielleicht auch mal ohne Sprit mal auf dem Prüfstand hochgejagt hat. Das heißt, mal kurz zu Mager gelaufen, weißt du? Das könnte natürlich sein, ne? Oder Sprit war vielleicht auch scheiße, ne? Weiß man jetzt auch nicht. Nockenwellen habe ich gestern schon einmal drüber gezeigt. Da kann man hier an den Nocken, da konnte man ganz gut sehen, dass die eingelaufen waren. Das kommt ja sowieso neu. Neue Nocke mit den ganzen Schlepphebeln, mit diesen Wellen und so. Das kriegt ja eh einmal alles neu, ne? Ventile, habe ich jetzt gesagt, machen wir alle raus, tun die einschleifen und die Sitze einmal nacharbeiten und dann einfach fertig, ne? So, dass wir da auch wahrscheinlich keine neue Ventile brauchen. Dann kriegt ihr noch neue Ventilfedern. Ja. Und dann ist das sowieso eigentlich soweit fertig. Aber gut, dann habe ich jetzt die Meinung quasi von dir auch und das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, hol mal den Block noch da raus. Ja. Was soll man machen, ne? Besser ist das, ja. Hätte das vorher gewusst. Hätte auch mal mit der Scheiß Ding ins reinleuchten können, ne? Indoskop. Ja. Ja, aber... Gut, aber weißt du auch nicht, ob du es genau gesehen hättest, ne? Das ist, äh, ne. Aber die anderen, die sahen, also jetzt die beiden, die sahen ähnlich aus wie die beiden. Ja. Also deswegen brauchen wir jetzt auch nicht... Soweit ganz gut, aber wie gesagt, ne? Das ist halt Wasser und hier hast du die Riefen drin. Ja, aber wie gesagt, wo kommt das Wasser her? Weil wenn du die Kopflichtung anguckst, der hat nicht da durchgefeuert, ne? Ne. Ne, also das sieht nicht aus, ob der durchgebrannt hat. Das sieht doch sowieso, warum ist da so verrostet? Warum ist da so rostiges Scheißwasser drin? Der Motor war leer mit Wasser und wir haben da neuen Frostschutz alles reingefüllt damals, ne? Okay. Gut, vielleicht waren da noch irgendwelche Rückstände drin. Weil das Wasser, was wir rausgeholt haben, sah gut aus. Also das war wirklich noch so blau, ne? War noch nicht so lange drin. Ein Jahr jetzt quasi, ne? Wir bauen den Motor jetzt aus, dann kolben wir alles raus, dann schauen wir uns die auch noch mal an und dann ist der Teil 2 von der Geschichte eigentlich dann auch schon mal fertig, ne? Ja. Richtig. Gibt es vielleicht noch ein paar Überraschungen. Wir schauen mal. Was würde Marco hier einbauen? Vielleicht wird es ja ein V8 oder so. Nein. Okay, also bis später. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, also der ist jetzt hier auch schon so weit auseinander. Pläulager sind die, die wir damals eingebaut haben, sind auch voll in Ordnung, auch hier die Lagerstellen, alles sieht pico aus. Jetzt haben wir hier noch die Kolben, die haben hier unten am Kolbenhemd an der Beschichtung. Ein bisschen Druckstellen, aber der eine mal mehr, der andere mal ein bisschen weniger. Der ist wieder ein bisschen mehr. Die müssen wir jetzt alle mal waschen, die müssen alle mal gewaschen werden und dann schauen wir mal. Jetzt haben wir hier noch den ganzen Kladderadatsch, den haben wir erstmal ausgebaut. Das muss alles einmal durchgewaschen werden. Kopf zerlegt, Ölwanne, dies, das. Einmal alles raus. Den Kopf habe ich auch schon zerlegt, hier soweit. Also Ventile sind jetzt raus, Federn, alles pico, jetzt so. Kann man aber hier sehen, dass die definitiv hier nachgearbeitet werden müssen. Also zumindest alle Auslässe, die sehen nicht mehr so schön aus. Die Einlässe gehen noch, die kann man mal ein bisschen, könnte man ein bisschen mit Pasta einschleifen, dann würde das wahrscheinlich wieder funktionieren. Ventilmäßig auch, also hier hat er schon, muss er schon definitiv ein bisschen vorbeigefiffen haben. Ganz minimal sieht man das hier. Das heißt, ich denke, die Ventile machen wir jetzt allererstes mal waschen. Dann strahlen wir die ganze Kacke. Und dann werden die alle nochmal neu komplett Sitze bearbeitet und Ventile bearbeitet. Neue Ventile brauchen wir hier jetzt in dem Fall nicht nehmen. Aber auch alle Bolzen haben wir jetzt hier rausgenommen. Nockenwellen, Lagergasse, sieht alles super aus. Das heißt, wir können das jetzt, wie gesagt, einmal durchwaschen. Was wir natürlich jetzt am Ende des Tages mit dem Block machen, das werden wir, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Kolben hätte ich noch gebraucht, der andere da, die sehen grundsätzlich gleich aus. Ich muss mal gucken, wie gesagt, jetzt können wir die Bohrung mal vernünftig messen bis unten hin und dann können wir mal, werden wir uns mal die Werte alle aufschreiben. Das sieht dann am Ende des Tages so aus. So misst man das natürlich, ne? Oben, Mitte, unten, ne? Einmal längs und einmal quer. Hat der Daniel Grabber hat hier so ein schönes Messprotokoll. Und da kann man hier schön die Werte sehen. Hier sehen wir, dass die eigentlich grundsätzlich alle gleich sind. Ne, hier auch. Zylinder 5 ist eigentlich auch gleich. Ein bisschen anders im Gegensatz zu Zylinder 1. Aber das passt. Und so werden wir das auch machen. Wir werden das auch da schön aufschreiben. Und dann werden wir entscheiden, dann gucken wir in der Tabelle oder beziehungsweise nach den Richtlinien, wie das sein soll. Und dann werden wir mal entscheiden, ob man einfach nur mal durchohnen oder ob wir den Bohren müssten. Das glaube ich aber jetzt nicht. Ich denke mal mit Hohnen und neuen Kolbenringen ist es definitiv getan. Neue Kolbenringe habe ich da. Der Rest erklärt sich ja quasi von selber. Wir machen jetzt hier nur noch Waschprozedere. Da nehme ich euch natürlich jetzt nicht mit. Ich hoffe, ihr konntet jetzt vom zweiten Teil wieder so ein bisschen was mitnehmen. Habt ein bisschen was gesehen. Dann würde ich einfach mal sagen, seid gespannt auf Minimum Teil 3. Weil es wird wahrscheinlich auch noch ein Teil 4 geben. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt, da es jetzt doch so umfangreich war, das jetzt alles in einem Teil wieder zusammenbauen, fertigstellen mit Einbau und Prüfstand. Das würde wahrscheinlich zu lange gehen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch noch mal splitten. Auch vorab, bevor jetzt wieder so viele mega negative Kommentare kommen, die wir mittlerweile sowas von, ah, hier hinten war er gerade, den Rücken runterrutschen. Also ganz ehrlich, spart euch diese dummen Kommentare einfach. Also Kommentare super. Auch negative, also Kritikkommentare. Warum, weshalb, Fragen stellen. Alles gut, nehmen wir alles, aber schreibt nicht irgendwelchen Bullshit, wo ihr keine Ahnung von habt. Das ist alles mit Marco geklärt und alles ist in einer Linie und keiner weiß mehr darüber Bescheid als wir beide. Theoretischerweise hätten wir uns diese ganze Vorgeschichte mit dem Umbau sparen können. Wir hätten ja den Motor damals schon zerlegen können und hätten das dann schon alles machen können und hätten da schon sehen können, dass die Nockenwelle eingelaufen ist. Ja, ist richtig, aber muss ich auch wieder einlenken. Man sieht es halt tatsächlich nicht an jeder Stelle. Also nicht jede Nocke ist hier eingelaufen, wie ihr seht. Da, die sieht zum Beispiel super aus. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr ganz genau beschwören, wie hat die Nockenwelle gestanden, wo wir den Ventildeckel getauscht haben, weil der Ventildeckel war ab. Der Marco wollte ja seinen Chromdeckel da drauf haben. Wie gesagt, vielleicht ist uns, dass auch mit dieser Ölleitung passiert, dass sie verbogen war. Oder, 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 kann man jetzt alles nicht sagen. Wie gesagt, Kind ist da in Brunnen gefallen gewesen. Grundsätzlich hätte man das alles machen können, aber ich sage euch ganz klar, so wie es ist, Marco hätte das definitiv damals nicht gewollt und hätte direkt gesagt, nein, dann lasse ich den Motor nicht umbauen. Dann muss ich halt irgendwie gucken, dann stelle ich die Karre in die Ecke oder ich baue, gucke, dass wir diese Kajidroniker, wie das Ding nochmal hieß, dass ich die ans Laufen kriege, weil das wäre eben definitiv zu viel Aufwand gewesen. Wie gesagt, klar, jetzt ist es so. Jetzt war ja soweit eigentlich alles fertig. Wir haben hier einen relativ, ja, geringen Kostenfaktor. Also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist auch im Endeffekt scheißegal. Wir machen es jetzt und haben es damals nicht gemacht und alles ist gut. Seid gespannt und freut euch auf Teil Nummer 3. Und, wie gesagt, ich wasche den ganzen Kram. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut in die Tasten mit euren, was auch immer für Kommentare. Bis und bis zum nächsten Mal.